Hallo Leute, es ist wieder soweit. Use what you get Challenge im Item Randomizer von Dark Souls Remastered. Wie angekündigt, stehe ich hier am unteren Ende von Shandstadt, um mit euch zusammen den vorderen Teil von Shandstadt zu erkunden. Auf der Suche, das ist Prio Nummer 1, nach einer Waffe, die wir verwenden können. Denn auch wenn ich hier das fantastische, legendäre, berühmt-berüchtigte Mondlicht-Großschwert habe, ich bin schlichtweg zu dumm, um es zu führen. Mir fehlen Intelligenzpunkte, um es schwingen zu können. Und zwar gar nicht ganz wenig. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwie was zu reißen. Das ist nicht das erste Mal hier unten in Shandstadt. Das letzte Mal hatten wir genau dasselbe Problem. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besser ist als vorher. Ich bin immerhin mit mehr Lebenspunkten und einer besseren Panzerung gesegnet als das letzte Mal. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich ein ganz schöner, brandgefährlicher Schmerz im Po, sich hier überhaupt an den Gegnern vorbei zu bewegen, um irgendwie überhaupt nach Shandstadt reinzukommen. So, also, ja, das war hier schon einmal ein ziemliches Problem hier, dieses Vieh. Und dann hat mich oben auch noch der Typ hier toxisch vergiftet. Jawohl, genau so sieht es gut aus. Genau so kommen wir richtig gut voran. Und ich kann mich noch erinnern, dass genau das hier das letzte Mal eben mein Punkt war zu sagen, hä, wie sollen wir denn das machen? Da kommen wir ja echt nicht dran vorbei. Der steht da oben und kommt nicht runter. Ich kann keinen Schaden verursachen. Ich kann höchstens versuchen, ihn mit Tritten irgendwie wegzubewegen. Das kann vielleicht... Ja, komm, danke. Das kann vielleicht hinhauen. Ha! Ups, äh, ich wollte eigentlich am Leuchtfeuer rasten. Ich habe in letzter Zeit eine, äh, ganze Litanei anderer Souls-Likes gespielt und jetzt ist gerade so ein kleines bisschen mein, ähm, Tasten-Layout-Muscle-Memory ein bisschen durcheinandergewürfelt. Sollte man nicht tun. Leist, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten, heißt es doch immer. Ähm. Aber hey, so, also gut. Wie kommen wir an dem Bödenvieh vorbei? Gar nicht. Das ist unglaublich. Außerdem ist da oben der Toxin-Trüb. Wenn ich den... Den kriege ich noch nicht mal getötet wahrscheinlich mit dem Schwert, oder? Ich kann überhaupt keinen Schaden ausrichten. Ich kann es auch nicht zweihändig führen. Das macht auch keinen Unterschied. Okay. So. Also schauen wir mal, ob ich den töten kann. Mit einem Schaden. Jawohl. Backstep vielleicht. Weil wenn er tot ist, dann bleibt er tot. Das wäre immerhin schon mal was. Und dann hätte ich, hätte ich ein bisschen mehr Ruhe vor ihm. Das könnte man eventuell tun. Ähm, weil das, auch wenn das immer nur fünf Schaden sind, aber der hat nicht viel. Äh, wäre es mir das wert. Dann hätte ich hier zumindest in dem Bereich ein bisschen mehr Ruhe. Ich darf jetzt nur nicht von den Moskitos hier überrannt werden. Aber ein paar von denen haben ja Wegfindungsprobleme. Das ist okay. Das dauert jetzt halt schon ein Weilchen. Vieh gehen wir aus der Sonne. Gott sei Dank ist nur das eine, was mich hier gerade nervt. Oh nein, 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 nein. Nein. Nichts hier. Aber so wie ich gesehen habe, bleibt er verletzt. Kann das sein? Das wäre interessant. Ähm, also klar, er resettet nicht. Oder respawnt nicht beim Reset. Aber dass er auch verletzt bleibt. Das habe ich jetzt so noch nicht beobachtet. Das wäre eine interessante Mechanik. Weil, äh, ja, noch nie... Das ist auch wieder sowas, was ich noch nie... Oder was ich jetzt auch erst nach vielen hundert Stunden dazulerne. Aber, äh, klar auch. Ich meine, den Typen, den haut man ja immer sofort um. Der hält ja auch nichts aus. Ähm. Jetzt steht er da unten, oder? Nö. Hm. So, jetzt musst du auch wieder irgendwie hier runterfallen. Komm schon. Ja, schon der Anfang hier ist ja unfassbar lästig. Den ganzen Gegröße hier. Guckt euch das an. Und wenn man sich da nicht wehren kann... Ah. Guckt euch das an. Yay, yay, yay. Und hier, die Umgebungskollision wieder. So, also. Back to business. Was ist jetzt mit dir? Da stehst du wieder. Bist du noch verletzt? Oder muss ich dich jetzt nochmal von vorne... Nein, aber schaut mal, der ist verletzt. Aber von was? Ja, es ist echt sehr luminös. Dark Souls ist manchmal ein Buch mit sieben Siegeln. Ich meine, wie viel Leben hat der, wenn der mit jedem Mal so echt viel verliert und ich mir bloß fünf Schaden mache. Der hat dann echt vielleicht höchstens 50 Hitpoints oder so. Armer Bub. Und dann noch nicht mal ein Respawn. Aber das sind auch... Die gehören wirklich zu den nervigsten Gegnern, weil die wirklich sich... Es sind ja nur fünf oder sechs Stück. Oder wobei, also da, wo die Vollhüterinnen sind, sind ja gleich insgesamt vier oder fünf Stück. Aber, also es gibt eine Handvoll, eine gute Handvoll von diesen Burschen hier in ganz Schandstadt. Und die meisten von denen haben sich unglaublich gut platziert. Ähm, und Treffen sehr zielsicher und über sehr weite Distanzen. Das ist echt gruselig. Und, äh, zwei Treffer und man ist eigentlich schon vertoxifiziert. Ähm, kein großer Spaß. Und Toxin ist echt mächtig hier. Also das hält lange an. Es frisst Estus Flakors zum Frühstück. Macht keinen Spaß, sich vergiften zu lassen mit Toxin. Ähm, deswegen, also, äh, nee. Gehör nicht zu meinen Favoriten, diese Burschen hier. Und ich bitte darum, dass ich jetzt echt möglichst schnell eine Waffe finde. Weil das ist, ähm, wir haben es beim letzten Mal, als wir uns hier schon versucht haben durchzukämpfen, gemerkt. Es sind halt dann nachher oben die ganzen Bewohner von Schandstadt. Äh, die sind schon allein von ihrer schieren Anzahl, äh, es wird's anstrengend, da sich durch zu fuchsen. Ähm, weil an ihnen vorbeizukommen, es ist halt manchmal extrem eng. Und, ich weiß nicht, also, ob das, ob das überhaupt von, von Erfolg gekrönt sein wird hier. Es ist einfach, meine Hoffnung ist, dass ich ganz früh irgendwas finde, womit ich irgendwie was anfangen kann. Damit ich das Modlich-Großschwert wegschmeißen kann, um mich dann wieder irgendwie zu wehren. Ach, die Zeiten mit unserem Blitzspear plus eins. Das war, das war super. Oder unsere Keule, unsere okkulte Keule, große Keule. Och, das, ach ja, ich hab sie alle noch im, im, im Rucksack, aber ich kann sie ja, darf sie ja nicht benutzen. Aber schaut mal ganz kurz, nur mal ein bisschen nostalgisch zu sein. Die Riesenkeule, die wir auf plus fünf bringen konnten. Unser Blitzspear plus eins, ach ja. Und das gerade Kristallschwert, haha, womit wir Kelana, äh, Kelak umgehauen haben. Ja. Those were the times. Und now, sind wir hier mit einer legendären Klinge, die wir nicht nutzen können. Weil wir zu dumm sind. Lasst mich jetzt einfach mal durch. So. Du jetzt schon wieder. Warum stehst du hier eigentlich? Warum? So, komm ich jetzt vorbei. Und jetzt kann's endlich losgehen. Dankeschön. Gut, ähm, ein Toxin-Pfeiltyp erledigt. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass wir das letzte Mal weiter oben auch schon einen umgehauen haben. Ähm, der, der das mittlere Leuchtfeuerpfandschanz statt im Blick hat. Das wäre äußerst nötig. Weil dann kann ich da mehr in Ruhe rumgucken. Äh, aber das werden wir noch früh genug erfahren. Das muss ich erstmal hier, äh. Ah, haha, ich bin viel zu weit gelaufen. Da ist er. Steht da nicht normalerweise der Da-Typ, gell? Ja klar, genau. Richtig, mit dem, mit dem Item, das wir schon eingesammelt haben. Und das Gift, das Gift. Hab ich eigentlich, was hab ich denn überhaupt an Anti-Gift-Materialien dabei? Wahrscheinlich gar nix. Immerhin. Oh, vier Antitoxin-Lila-Moosklumpen mit Blüte. Das ist sehr gut. Vier ist gut. Und hier ist es halt echt, wie gesagt, schon, schon so eng, dass man allein an den Viechern nicht vorbeikommt. Und wenn jetzt dann gleich noch die Bewohner dazukommen. Ich weiß nicht, ob da mal eine 20 Essdurch-Vakons ausreichen werden. Und ich glaube auch, dass ich, ähm, das mittlere Leuchtfeuer nicht aktivieren werde. Weil ich muss ja auch, wenn ich oben bin, es gibt ja keinen Ausgang. Ich hab ja den Schlüssel nicht, um oben rauszukommen. Glaub ich. Um in die Untiefen zu kommen. Und, äh, dann müsste ich mich den ganzen Weg wieder nach unten kämpfen. Und ich weiß nicht, ob das so, so cool wäre. Also, Generalschlüssel, Atelier-Kerkerzellen, so, 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 so. Anwesend, Geheimschlüssel, Neulondo, Riesenzellen, Wappenschlüssel. Nope. Also, der, äh, Schandstadtschlüssel, den man normalerweise vom Klaff-Dämon, ne, Drachen bekommt, den hab ich nicht. Ah, ich höre auf diese tapsenden Schritte. Hm. Oh, Moment. Kann ich mit dem starken Angriff irgendwas reißen? Das probieren wir mal aus. Na, lass mich dich markieren. Ha, nein. Äh. Ja, äh, Waffe, die ich nicht benutzen kann, plus Fat Roll. Danke. Echt. Haha. Äh. Okay. Ich bin immer noch vergiftet. Das ist jetzt gleich abgeklungen. Jawohl. Dankeschön. Weiter geht's. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ab hier wird's jetzt interessant. Wir haben hier schon ein paar Items eingesammelt. Aber noch nicht alle. Ich guck jetzt mal ganz kurz hier oben, bin ich doch gewesen, ne, und hab den Dart-Typen getötet. Oder, äh, ich weiß es nicht mehr. Aber ich muss jetzt einfach mal nachschauen und in dem Zweifel runterkicken. Oh nein, er lebt noch. So, jetzt ist der auf jeden Fall tot. Und sonst gibt's hier nichts. Alles klar. Jetzt klettert der bestimmt hinterher. Das ist okay. Na, den kann man nicht die Leitern entlang treten. Das ist auch schade. Aber wenigstens dann hier in den Abgrund. So kann ich mich wenigstens wehren. Das ist ganz gut hier in Schandstadt. Da unten ist der große Keulenschwing-Typ. Äh. Und hier ist der nächste Gift-Dart-Typ. Der schießt doch schon, oder? Ich seh's doch. Hm. Die sehen mich alle schon. Und wollen unbedingt einen Happen von mir haben. Guckt euch das an. Oh Gott. Ich hab wirklich, wirklich einen heilen Respekt jetzt darüber. Äh, zu gehen. Ich weiß nicht, ob man von hier rüberspringen kann. Das sieht mir nicht sehr... Nicht sehr sicher aus. Wir probieren's. Okay. Viel Anlauf. Hui! Okay, jetzt bin ich an der Stelle, an der ich nicht sein sollte, oder? Oh ho ho. Wunderbar. Dankeschön. Gut. Keine Items mehr hier. Und hier fallen lauter Gegner in den Abgrund. Ich liebe es. Nein, nein, nein. Eigentlich wollte ich dich schubsen. Oder so. Oh je. Gut. Jetzt heißt es schnell sein. Und alles einsammeln, was ich so weiß. Ähm. Da ist das Leuchtfeuer. Und wie gesagt, ich werd's jetzt erstmal nicht aktivieren. Seh nicht irgendwo eine Leiter? Da. Oh nein. Oh ho 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 ho. Äh. Okay, die muss ich jetzt erstmal alle weglocken. Oh nein. Ja, so wird's jetzt die ganze Zeit weitergehen, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hahaha. Ich kann nur hoffen, dass die wirklich, das passiert ja häufig, dass diese Typen einfach immer mal runterfallen. Wie jetzt gerade. Ähm. Weil die Wegfindung hier echt nicht so toll ist von den ganzen Gegnern. Und ähm. Sie dann halt meistens irgendwie runterfallen. Und ich hoffe. Oh. Was haben wir hier? Nein. Falsche Taste. Speer und Rundachst. Ah, ich hab Waffen, die ich benutzen kann. Speer und Rundachst. Und jetzt fall ich runter. Speer und Rundachst. Oh ho ho. Rundachst. Kann ich nicht benutzen. Moment. Immer noch nicht? Darf ich dann, darf ich dann den Speer in die Hand nehmen? Seid ihr so gnädig? Oh je. Fallt runter. Bitte. Echt nicht? Ich nehm den Speer. Den darf ich benutzen. Kann ich benutzen. Ich hab beide gleichzeitig eingesammelt. Und das wär jetzt glaube ich gerade in diesem Moment. Seid ihr mir bestimmt gnädig. Und sagt, okay. Oh 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 oh. Alter. Wow. Okay. Ähm. Wieder beim Leuchtfeuer. Okay. Jetzt muss ich hier. Oh leih. Ich mach mit dem Speer wahrscheinlich eh nicht viel Schaden. Ähm. Aber wenigstens kann ich mich jetzt mal wehren. Das ist zumindest schon mal ein Schaden. Aber es sind noch ein paar Items hier übrig. Die hole ich auch noch. Ähm. Weil. Dass ich mich jetzt wehren kann. Ist das eine. Aber wir sind ja auch hier. Um im Zweifel. Oh fuck. Im Zweifel eben Quest und Key Gegenstände zu finden. Oh jo jo jo. Ich flüchte kurz. Da ist zum Beispiel ein Item. Seelen Container. Dann klettern wir hier hoch. Und die rennen wie blöd hier durch die Gegend. Das ist herrlich. Funke Titanit. Wow. Die sind wirklich. Wirklich. Gewissenhaft. Auf der Suche nach mir. Das muss ich wirklich neidlos eingestehen. Dass die ganz schön. ganz schön lästig sind hier. Wow. An einem oder Ring des Unheils. Sicher nicht. Gott sei Dank haben wir in der Challenge nicht mit drin. dass wir die Ringe anziehen müssen. Das ist nämlich. Oh. Macht nichts. Wir können uns jetzt wehren. Gott sei Dank. Das ist der Ring den. Das ist der Calamate Ring. Der verdoppelt den Schaden den man einstecken muss. für alle den Dark Souls nicht schwer genug ist. Ja. Wir haben da oben noch das. Das ist das Jaito. Genau. Das müssen wir noch einsammeln. Das da normalerweise liegt. und den ein oder anderen Seelencontainer. Au. Ah. Ach. Come on. Schubst du mich da hin? Aber hey. Es ist so viel schöner. Dass wir jetzt wenigstens. Ich mach echt nicht viel Schaden. Das ist übel. Aber ich mach Schaden. Mehr als nur zwei Punkte. Ich bin so beruhigt. Ähm. Und das müssen wir halt nur einfach nochmal. Ja. Ne. Wie gesagt. Also. Ich hätte das Leuchtfeuer aktivieren können. Aber ich hätte dann auch tatsächlich. Wieder den gesamten Weg. Zurücklaufen müssen. Ähm. Und. Das ist glaube ich. Ach. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Das ist glaube ich. Äh. Kniffliger. Als. Jetzt hier den ganzen Weg. Nochmal so hoch zu gehen. So rede ich mir das jetzt zumindest schön. Aber wenn ich jetzt gerade. Einfach nur durch diesen blöden Speerstoß. Einen Schritt zu viel gemacht habe. Und. Die Schwerkraft. Einmal mehr. Mir bewiesen hat. Sie gehört zu den größten Feinden. Eines jeden Dark Souls Spielers. Das ist so. Und das wird immer so bleiben. Hey. Geh mal weg. So. Aber ihr habt gesehen. Es sind echt. Viele von diesen blöden Burschen. Die da überall rumrennen. Da oben. Und. Da können gar nicht genug runterfallen. Oh. Der. 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 Der Turmschild. Oder was da noch auf dieser. Auf dieser schrägen Balustrade liegt. Den habe ich auch noch vergessen. Ja. Es sind noch zwei, drei. Mindestens. Wenn nicht sogar vier Items. Die wir noch finden können. Hier. In Schannenstadt. Aha. Aha. Hm. Oh je. Nicht schon wieder runterfallen. Der macht echt einen erschreckenden Schritt nach vorn. Wenn er piekst. Aber ich kann damit immerhin törteln. Das heißt ich kann mein Schild hernehmen. In der Deckung bleiben. Und so. Äh. Quasi auf Spartanisch kämpfen. Spartanische Art. Schön. Mit dem Schild im Anschlag. Ohne meine Deckung fallen lassen zu müssen. Das ist sehr schön. Ah. Da komme ich nicht hin. Das ist die. Äh. Das ist ein Wunder. Ne. Schnell weiter. Weiter. Ja. Da unten. Da ist doch. Äh. Ja. Ich weiß wie ich da hinkomme. Ey. Ich werde mich jetzt nicht von hinten angreifen. Ja. Bitte nicht. Wow. Okay. Wir springen nochmal ganz kurz hier runter. Oh. Die sind aber auch ganz schön behende ey. Ah. Schaut mal. Sonnenlichtmedaille. Okay. Erstmal kurz heilen. Wir haben ja wieder 20 Estus Flakons. Und jetzt schön an allen vorbei. Ihre Moves provozieren. Und dann schnell weiter. Das ist ein bisschen ein bisschen KI-Manipulation, die man hier ausführt. Fachbegriff. Aus dem, aus der Speedrunning Szene. AI Manipulation. Ähm. Vor allem bei Bossen, um sie möglichst schnell zu erledigen. Oh. Da ist noch ein Gifttyp. Und der hat mich erwischt. Wow. Wow. Ich muss irgendwo jetzt nochmal ganz kurz in Sicherheit. Ah. Das ist falsch hier. Ich bin falsch. Nein. Ah. Ich muss mich nämlich heilen. Aber das geht nur, wenn ich in Sicherheit bin. Und weg. So. Wo sind meine Seelen? Da wollte ich eh gleich hin, um nochmal kurz in Ruhe durchatmen zu können. Oh nein. Oh nein. Yo. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ist okay. Sprich ruhig nochmal hinter mir. Oh. Ah. Jetzt gehen wir erstmal hier oben lang. Äh. Und sammeln die Items ein. Wenigstens das. So. Ich mach euch platt. Oh, oh, oh. Ich hab keine... Warum hab ich keinen Speer in der Hand? Ah. Ah. Ich hatte den Speer nicht in der Hand. Ich hab einen Backstab mit meiner bloßen Faust gemacht. Boah. Es ist gerade... Der Gargoylenhelm. Zieh ich an, so wie ich... So wie ich... Ruhe habe. So. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das wird schwer zu überleben. Ja. Aber es ist... Ich werde überleben. So. Und jetzt pikse ich dich wirklich. Ja. Da vorne ist nichts mehr. Jetzt das Eijaito. Mit einem schönen beherzten Sprung, wie ich immer so gern sage. Ui. Gerade so. Ich hätte mich vorher vielleicht vorher ausziehen sollen. Aber das reicht schon. Ähm. So. Also. Jetzt erstmal kurz heilen. Dann den Gargoylenhelm. Und jetzt hier... Eine rote Scholle. Die rote ist Holle übrigens. Kleiner Tippfehler. Bei der Übersetzung. Da fehlt ein C. Die berühmte rote ist Holle. Und der Riesenhelm. Das ist doch bestimmt wieder ein richtig leichtes Teil. Nicht wahr? Äh. Doppelt so schwer wie der Gargoylenhelm. Schön. Aber jetzt sehen wir wirklich aus wie ein Spartaner, oder? Spartiat. Spartiat heißen die. Ähm. Alles klar. Gut. Äh. Perfekt. Jetzt müssen wir... Die Moosklumpen hier noch einsammeln. Genau. Die da normalerweise liegen. Und eben den Turmschild. Oder der eine größere Schild, der da noch eben auf der Schräge liegt. Das sind die Dinge, die mir noch fehlen. Und dann habe ich es, glaube ich. Und jetzt sind auch, glaube ich, viele Gegner einfach mal schön in den Abgrund gefallen. Ich habe nur noch drei Estus-Flakons. Auch sehr schön. Aber das reicht. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Die ganzen Gegner sind ein bisschen entzerrt. Viele von ihnen sind abgestürzt. Ich höre jetzt eigentlich nicht mehr viel rum, die Größe hier. Beruhigend. So. Ähm. Also. Jetzt müssen wir da runter. Der letzte schwere Bereich. Uh. Und der Dart-Typ. Wo ist der? Soll ich noch kurz meine Seelen holen? Waren das viele? Ich weiß gar nicht. Ich nehme es ja zur Zeit. Alles. Was ich kriegen kann. Jeder Level-Up ist wichtig. Du bist alleine? Bestimmt. Komm schon. Komm runter. Komm runter und lass dich. Komm. Hallo. Okay, bye. Oh oh. Drei Stück von denen. Das ist echt nicht viel Schaden, ey. Oh Gott. So. Schön die Estus-Lakons verbrauchen. Jawohl. Das hat nicht gereicht, um ihn runter zu schubsen. Aber einer ist runter gefallen. Der zweite auch. Ich beinahe auch. Jetzt muss ich nur aus dem Loch hier raus. So. Backstab. Jawohl. That's the Spirit. Was lasst ihr fallen? Den Kettenhelm. Okay. Das kann nur leichter sein, oder? Ja. Alles klar. Ja. Und das ist jetzt alles nur für meine Seelen. Aber es ist Ruhe, ne? Jetzt haben wir alle geschafft. Jetzt können wir hoffentlich hier ganz in Ruhe den Rest von Schandstach, die blöden Hunde noch. So. Seelen sind ein Stück weiter unten. Da. Wie viele waren es jetzt? 2.200 und... Ja, das Doppelte. Fast. Okay. Ihr habt mich gesehen. Ihr kommt jetzt gleich angerannt. Das ist okay. Und jetzt muss ich nur den... Ah, da bist du. Dadurch, dass ich Schandstadt von hinten angehe, bin ich komplett verwirrt, wie ich jetzt zu dieser blöden Wackelbrücke wieder zurückkomme. Ha, guck, wie sie da unten alle liegen. Tot. Da, zu dieser... Da runter muss ich. Werfen wir mal ein Licht drauf. Aber vorher... Ähm... Und? Die sind echt fies. Die gehen meingefährlich, diese blöden Köter, ey. Man trifft sie nicht, sie springen rum und sie brennen einem den Hintern weg. So, und jetzt du. Komm mal daher, wo es ein bisschen heller ist. Wo er mehr Platz hat. Dankeschön. 114 Schaden. Dich hole ich mir. Ah, ah. Backstab und gleichzeitig Items benutzen. So. Finish him with style. So, jetzt aber. Kommt man zu dieser... Ich bin gerade vollkommen, vollkommen verwirrt, wie ich... Ne, das ist schon zu weit. Das ist schon zu weit. Ja, das ist der Typ da oben wieder, klar. Also, wenn ich jetzt gerade hier schon wieder zurück bin... Mein Gott, warum nicht? Aber das ist zu weit, ne? Ja, ja, das ist auf der anderen Seite der... Aha. Oh, da ist auch der... Ja, ich hole mir kurz den Dart-Typen, dann habe ich Ruhe. Für irgendwann, wenn ich irgendwann mal wieder hier zurückkehren sollte, worauf ich keine Lust habe. Ähm, schnappe ich mir den Burschen kurz. Und dann können wir zur Wackelbrücke darüber. Da drüben ist sie. Ich sehe sie doch. Aber jetzt hat es er hier gleich platt. Und ich ohne Estus-Flakons unterwegs. Aber wir können uns in Zweifel immer noch mit Menschlichkeiten heilen. So, und bye. Kommst du hinterhergeklettert? Dankeschön, du auch. So. Jawoll. Ich darf jetzt noch nicht übermütig werden und irgendwie jetzt wieder durch den Kiekser abstürzen. Jetzt gleich. Okay. Also. Jetzt kurz ein Überblick. Da unten ist... Nein, ich muss also auf den linken Teil von Schandstadt. Okay, gut. Machen wir das mit einem Abkürzungssprung hier. Ui. Wieder mal. Ist immer ein bisschen brikant und ein bisschen gefährlich. Aber... Ich wollte jetzt die Leiter runterklettern, wieder hochklettern. Noch ein Kettenhelm. Kettenrüstung, Kettengamaschen. Ihr lasst das ganze Set fallen, alles klar. Kettenrüstung ist leichter. Die Kettengamaschen, die werden wahrscheinlich auch leichter sein. Jawoll. Oh. Ich werde langsam wieder ein bisschen mobiler. Und ich könnte darüber froher nicht sein. Ein Bursche ist da noch übrig. Machen wir doch den... Den Weg. Gehen wir doch den Weg. So. Die plündere ich jetzt nicht. Aber hier ist doch... Ne, das ist auf der anderen Seite. Hier ist nichts mehr, ne? Doch, da unten, natürlich. Deswegen bin ich ja hier. Da hinten sind die Moosklumpen. Ne. Doch. Oder es ist eine Menschlichkeit im Ursprung. Ich glaube, hier liegt die Menschlichkeit. Weiter hinten dann die Moosklumpen, die drei Stück. Zaubereistille. Und der letzte Bewohner, den wir nur umhauen. Ah. Oder das ist... Ist das ein Absturz-Item? Ist das ein von einem... Wahrscheinlich schon, oder? Von einem Bewohner. Ja. Da liegt doch normalerweise nix. Ne. Ne, ne. Quite sure. Was ist jetzt mit dir? Du bist da an einer Stelle, die mir nicht gefällt. Das ist einer der Dicken. Die mit den Knüppeln, die sind die stärksten. Ähm. Und haben auch so eine böse Grab-Attack. Oh, nein. Oh, nein. Das ist jetzt gerade nicht gut. Ui. Okay, jetzt mit Vollgas hier rüber. Obwohl es wackelt. Boah. Ei, ei, ei. Und jetzt das noch einsammeln. Und dann kann ich getrost sterben. So. Fluch-Bissring. So. Tötet mich. Tötet mich. Kommt her und tötet mich. Haha. Ich werde bis aufs Letzte gegen euch kämpfen. Und ich werde euch mein Leben nicht lassen. Bin ich lecker? Ja, danke. Herrlich. Herrlich. Wunderbar. Aber wir sind jetzt wieder da, wo wir sein wollen. Tatsächlich. In Schandstadt unten. Und haben. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe jetzt alles hier in Schandstadt eingesammelt. Und bin am Ende mit einer Waffe rausgekommen. die ich zumindest verwenden kann. Und jetzt ist im Grunde eigentlich dann nur muss ich zu irgendeinem der Schmiede. Der nächste ist ja der Magierschmied in Feuerbahn schreien. Um diesen Speer auf ja, das maximale plus fünf zu bringen. Ich glaube, mehr geht nicht. Ich habe noch keine große Kohle gefunden, oder? Ähm, die ja normalerweise beim Schlechter in den Untiefen liegt. Die habe ich... Ich gucke gleich nochmal im Inventar. Weil ansonsten gehen wir zu André und bringen die auf plus zehn. Das ist aber mal Kristallglut, Zauberglut. Mehr nicht. Ich kann dann höchstens überlegen, wenn ich das Material dazu habe, ob ich dann beim Zauber Schmied, wenn ich da eh schon bin. Au. Lass mich doch mal in Ruhe. Ähm, brauche ich dafür... Da brauche ich den weißen Brocken. Und bis dahin brauche ich da grüne oder graue Scherben. Schauen wir einfach mal. Weil dann kann ich den Speer ja immerhin mit Magie verzaubern und da ein bisschen besser machen. Ja, das wäre eine Option. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, was der Schmied sagt, wenn ich ihm die Glut gebe. Auf plus fünf kriege ich den Speer allemal. Und da fühle ich mich schon deutlich wehrhafter als jetzt hier mit plus eins. Ganz klar. Weil wir haben als nächstes ein Gebiet vor, das mit den Gegnern deutlich heftiger ist als hier. Hier in Schandstadt sollte man schon mit einer vierer bis fünfer Waffe unterwegs sein. Und ich bin hier jetzt gerade, habe mich mit einer Waffe, einer Nullwaffe quasi hier durchgekämpft. Huhuhu. Schnell auf Holz geklopft, dass es gut geklappt hat. Ähm, aber in dahin, wo ich jetzt dann als nächstes will, ist dann auch die plus fünf Waffe deutlich zu schwach. Deutlich zu schwach. großer Spaß wird das werden. Vor allen Dingen, wenn ich dann relativ schnell wieder das Pech haben sollte, irgendwie schon wieder eine neue Waffe zu finden. Aber bitte jetzt keine mehr, die ich überhaupt nicht führen kann. Ein Erinnerungsgebet an das Mondlicht-Großschwert. Ich nutze diese Stelle hier, um es jetzt loszuwerden. So. Weg damit. Ablegen. Scheiß Gelumpe da. Bin zu dumm. So. Okay. Ab zum zum Magierschmied. Das ist ein Name. Ach, der chillt immer so schön hier. Der ist so cool. Der Hollow, der hier so chillt und sich die schöne Atmosphäre von Neulondo anguckt. Haben sie da eine Glut, die ich benutzen kann? Ja, die magische Glut. Die gebe ich dir jetzt auch gleich. Zack. Gut. Waffe verstärken. Also. Ah, ich brauche Seelen. Ich bin ja gestorben. Verdammt. Habe ich Seelen? Oh. Das ist jetzt... Muss ich noch Seelen farmen? Nee. 5000 werden ja wohl reichen. Und da habe ich mir vorhin die Mühe gemacht, meine ganzen Seelen einzusammeln, wo ich ja eigentlich einen Plan hatte, wahrscheinlich im Zweifel eh zu sterben, um unten wieder anzufangen. Und dann habe ich sie ja eigentlich umsonst eingesammelt. Aber hey. So, Speer. 1, 2, 3, 4, 5. Zum Umwandeln benötige ich grüne Scherben. Und danach... Ich muss mal ganz kurz in die Item-Beschreibung reingucken. Das Titanit-System in Dark Souls, ich kann es mir nicht wirklich merken, das ist immer das Gleiche. Verstärkt Standardwaffen auf 5. Standardwaffen auf 5. Krude Waffen auf... Ja, genau. Titanit-System oder so. Dann die grün. Und Zau... Göttliche Waffen und Feuerwaffen auf 5. Okay. Ach so. Ja, klar. Hier. Blaue Brocken. Davon habe ich ja reichlich. Waffe umwandeln. Speer. Zack. Dann Waffe verstärken. Grüne Scherben. Ich brauche weitere grüne Scherben. Ah, ich habe echt gedacht, ich brauche jetzt blaue Brocken. Ah, es ist echt immer das Gleiche. Ich kriege das nicht in den Kopf. Aber das ist jetzt trotzdem schon heftig genug, was ich hier mit dem Ding anrichten kann. Hoffentlich. Für das, was ich vorhabe. Das wäre sehr, sehr schön. Den Schleier kann ich jetzt auch lichten. Denn ich werde off the record, werde ich dorthin latschen. Den Weg erspare ich euch wirklich. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und darauf habt ihr bestimmt keine Lust, das alles zu beobachten. Wir haben das nämlich schon zweimal gemacht. Es wird nämlich nach Arnor Londo gehen. Endlich. Und in der Hoffnung, dort das Lordwessel zu finden. Was ja ursprünglich da ist. Was es uns auch einfacher machen würde, einfach das gesamte, die ganze Spielwelt ein bisschen besser zu erkunden, weil man sich dann halt hin und her teleportieren kann. Außerdem muss ich Lordrek bezwingen, um die Feuerhüterin hier wieder zu aktivieren, für das Leuchtfeuer. Aber um nach Neu Londo zu kommen, muss man durch Sands Festung durch. Und das habe ich, wie gesagt, schon zweimal gemacht. Das möchte ich euch nicht nochmal antun. Deswegen werde ich jetzt hier auf der Record durch Sands Festung gehen, um dann in der nächsten Episode gemeinsam mit euch zusammen nach Arnor Londo hochzufliegen. Das wird ein Riesenspaß. Ich liebe Arnor Londo, eins meiner absoluten Lieblingsgebiete mit einer meiner absoluten Lieblingsbosse im Souls-Universum. Ornstein und Smao. Einfach super ikonisch. Genialer Kampf. Auch mit einem Speer Magie plus eins. Mal sehen, ob das was wird und ob wir den Speer bis dahin überhaupt noch haben. Leute, das war es mit dieser Episode der Use-What-You-Get-Challenge hier im Item Randomizer von Dark Souls Remastered. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefeiert hat, würde ich mich sehr über den Daumen freuen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei der Use-What-You-Get-Challenge. Leute, schön dabei gewesen seid. Ich verhaspe mich schon wieder. Bye-bye und macht's gut. ARD Text im Auftrag von Funk